Hallöchen, ich darf euch wieder zu einem neuen Haarfarbe Video begrüßen und im Hintergrund bereite ich gerade alles vor, zum Beispiel die Farben mischen, dann Farben mischen, dann Nervenzusammenbrüche, dann Nervenzusammenbrüche und dann gucken wie ich das mache und ja, dann sehen wir uns nochmal später. Hier schon gemettert mache ich jetzt aus Kurkuma und Spülung, versuche ich jetzt meine Haargelden zu färben, ich weiß nicht ob das so gut funktioniert, aber naja, wir werden sehen. Das mache ich aber nur auf dieser Seite und auf der anderen Seite nehme ich aus, Gott sei Dank, aus, äh, ne, aus, Atlantic Blue, ähm, Gott, Copy Red, also, eh immer, nee, kaum, keine Ohren, halt das Rot von Kralorfin, das Rot von Kralorfin und dann noch ein bisschen Schwarz rein, das habe ich mir dann auf der anderen Seite und dann gucken wir mal, was passiert. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Sorry. usta ich ich Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018